Etiketten einfach gestalten und drucken – mit dem Etikettenassistent Online von HERMA. Der Layoutassistent eignet sich besonders gut für die schnelle und einfache Individualisierung der zur Verfügung stehenden Designvorlagen. Im Gestaltungsbildschirm starten Sie den Layoutassistenten über die linke Seitenleiste. In nur vier einfachen Schritten werden Sie nun bis zum Druck Ihres Etiketts geführt. Zu Beginn werden Ihnen alle Textfelder angezeigt, die in der ausgewählten Designvorlage hinterlegt sind. Diese können nun überschrieben oder auch gelöscht werden. Im nächsten Schritt können Sie die in der Vorlage hinterlegte Grafik bearbeiten. Diese können Sie wahlweise beibehalten, löschen oder durch ein Bild von Ihrem Computer ersetzen. Im Bogennavigator können Sie anschließend auswählen, ob Ihr Layout für ein einzelnes Etikett, mehrere Etiketten oder den gesamten Bogen verwendet werden soll. Im letzten Schritt können Sie wahlweise weitere Anpassungen im Gestaltungsbildschirm vornehmen oder direkt mit dem Druck fortfahren. Das in der Druckvorschau angezeigte Dokument kann abschließend auf Ihrem Computer als PDF gespeichert und gedruckt werden. Alle Funktionen und Tipps können Sie übrigens jederzeit im Hilfebereich nochmal nachlesen. Der HERMA Etikettenassistent Online. Gestalten und Drucken einfach gemacht.